Test 1, 2, Robbe hier, willkommen zurück zu Samunas War und oben rechts, ihr seht es, bitte Line App runterladen, wenn ihr mögt, natürlich nur für die Leute, die jetzt nicht in meiner Allianz sind, für die Leute, die in meiner Allianz sind, bitte runterladen, wird bald quasi zur Pflicht werden, denn wir müssen ein bisschen was tun, wir müssen echt ein bisschen was tun, wegen den Gildenkriegen, das läuft nicht so richtig, das läuft nicht so richtig und das stört mich ein bisschen, denn, ja, irgendwie hat es der Hersteller verpeilt, oder ich weiß es nicht ganz genau, wirklich anzuzeigen, Leute, pass auf, es ist Gildenkrieg, hier irgendwie so eine fette Überschrift, da oben links irgendwas blinkt, ihr habt noch keine Angriffe gemacht oder irgendwas, zumal ist ja nur 12 Stunden, was natürlich auch noch voraussetzt, dass man mindestens innerhalb von 12 Stunden online ist und das kann manchmal ganz schön schwierig werden, deswegen brauchen wir irgendwie einen besseren Messenger, hier oben, dieser Messenger, der Gilden Messenger, totaler Müll, sorry, ist echt so, man sieht nicht die Nachrichten, die jemand geschrieben hat, während ich offline war, das gibt es bei jedem anderen Spiel, warum hier nicht, keine Ahnung, deswegen, Line, runterladen, Adi, Robbe, JT, Schritt quasi für YouTube, oder halt entsprechend mit diesem QR-Code oder was auch immer, also würde mich freuen, wenn ihr alle dazu stößt, ich werde jetzt auch nur noch die Leute erstmal mitnehmen, ich hoffe, ihr verzeiht mir da, und keiner ist fühlt sich irgendwie aus dem Schlips getreten, die in letzter Zeit oft angegriffen haben, und die entsprechend auch in der Line-App sind, alle anderen, ähm, werde ich jetzt erstmal raushasten, ich kann euch natürlich jederzeit zwischen den Tagen, ja, wenn jemand, wenn ich sehe, einer ist trotzdem nicht, äh, online oder aktiv, da kann ich sagen, okay, pass mal auf, hier, King hat nachgefragt, King, kommt es auch noch mit, also bitte fühlt euch da nicht irgendwie vernachlässigt, sonst irgendwas, ich muss nur irgendwie Struktur reinkriegen, okay, das erstmal dazu, jetzt wollen wir erstmal ein bisschen wünschen, würde ich sagen, das sieht eigentlich sehr gut aus heute, 150 Diamanten, da bin ich ja mal gespannt, habe ich, ich habe, glaube ich, das Höchste war 20 oder so, oder ein Dunkelmonster, ein Dunkelmonster, was auch, oder ist das auch ein Dunkelmonster? Ach, okay, 10.000 Mardersteine will ich mich dann auch nicht beschweren, sind ja quasi kostenlos, von daher, passt das schon, aber hier wird es sich eigentlich fast lohnen, nochmal zu drehen, mache ich allerdings jetzt nicht, ich brauche unbedingt meine ganzen Kristalle noch, kurzes Update, wie sieht es aus? Pah, was ist das aufwendig, einen Sechser zu farben, wirklich, einen Sechser zu farben, ich glaube, das nächste Mal, wenn ich mir das gründlich überlegen, ob ich das nochmal mache, während ich das erzähle, will ich kurz zeigen, wie ich das momentan mache, ich hatte ja letztes Mal erzählt, äh, Wald von Garen, auf hell gefarmt, gab 1200 XP pro Mob, das sieht ja so aus, ich mache das ja so, mein Tank geht natürlich dabei, mein Bär, der kassiert natürlich keine XP, die wird trotzdem, äh, äh, er würde trotzdem XP bekommen, wenn er, welche bekommen könnte noch, muss man ja so sagen, dann hätten quasi alle 1200 XP bekommen, der er, den ich bekommt, bekommen wir insgesamt 3600, auf drei verteilt, ich hoffe, das ist irgendwo verständlich, jetzt habe ich, äh, festgestellt, okay, mein Bär könnte auch, probieren wir den Bär mal hier jetzt beim Vulkan aus, wofür ich ihn ja später, äh, gerne auch haben möchte, er soll es ja auf hell schaffen, ich bin ja mal sehr gespannt, ähm, ähm, um hier schnell mit dem Farm voranzukommen, ich habe gesagt, okay, probierst du das mal auf hart, und ich muss sagen, auf hart schafft das ebenfalls, für jetzt schon, auch wenn ich ihn noch nicht auf 6 habe, reicht also auch 5 für, muss dazu auch sagen, ich habe auch brutale Runen drin, also das muss ich euch auch gleich nochmal zeigen, das geht richtig ab, der einzige Nachteil ist, er braucht hier für die Stage schon ziemlich lange, das muss man schon sagen, er macht auch jetzt gegen Wassermonsters, schauen wir mal, 2,7k gerade, jetzt war, glaube ich, schon ein Crit gewesen sogar, ja, da macht er jetzt gerade 1,6k, obwohl dieses, ja, diese, diese Exe da oder was es immer noch sein soll, schon relativ viel Death hat, so 1,8k hat er da jetzt reingehauen, und so weiter, also, es dauert relativ lange, aber trotzdem, es geht, wenn man die Zeit hat, sollte man es auch machen, denn hier kostet mir das nur 4 Mana, ja, die Stage auf Waldhell kostet mir diese 5, und hier bekomme ich sogar noch mehr XP als im Wald, also, mehr XP bei weniger, bei weniger Einsatz, das einzige Nachteil natürlich, ein bisschen die Zeit, aber ansonsten, bevorzuge ich natürlich das, Zeit hat man in der Regel eigentlich schon, ich mach's an, lass es dann einfach nebenbei laufen, ich stehe mal im Fokus auf den ganz rechten hier, und dann lass ich das einfach so durchlaufen, ja, und was ich eigentlich die ganze Zeit schon seit, keine Ahnung, gefühlt zwei Wochen mache, ist, mir Futter hochzufarmen, damit ich meinen Bären hier hochleven kann, ich brauch dafür 5 Fünfer, ich hätte ja, glaube ich, schon mal gesagt, 5 Fünfer sind 20 Vierer, für 20 Vierer-Monster brauche ich, ich glaub, 3 Monster brauche ich, äh, mal 20 mal 3 müssten es sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche, sind 90 Dreier-Monster, wenn ich mich nicht irrefretend habe, müssen es, brauche ich 90 Dreier-Monster, für ein 6-Sterne-Monster, was richtig, boah, das ist so viel, das ist einfach so viel, und, ja, aber trotzdem, ich hab das Ganze jetzt angefangen, ich will's jetzt auch durchziehen, ich hab mittlerweile, müssen wir gleich nochmal reinschauen, ich hab da auch schon ein paar Monster, also lange dauert's nicht mehr, aber dann werd ich's mit den Level 6 Monstern, glaub ich, erstmal so ein bisschen lassen, mal gucken, einfach so ein paar Schriftrollen farben oder sowas, ich weiß gar nicht, ob man die wirklich farben kann, aber, äh, zumindest kann ich mir Diamanten, ja, ähm, oder die Kristalle farmen oder sparen, ich werd die jetzt auch nicht mehr ausgeben für Energie, was ich auch eine Zeit lang gemacht habe, jetzt heute zum Beispiel ist der Boost vorbeigegangen, da hatte ich auch nochmal ein, zweimal mir was geholt, so, 1283, das heißt, 83 XP pro Mob mehr als im Wald auf Hell, mal 2 das Ganze, wenn ich einen Boost drin habe, merkt man schon, lohnt sich schon, hier wieder eine Energie zurückbekommen, das heißt, die nächste Runde würde mir theoretisch sogar nur 3 Energie kosten, von daher ist das hier ein Dauergefahrme und ich kann's nur empfehlen für Leute, die es auf meinem Level schaffen können. So, was wollte ich gerade noch sagen, genau, mein Bär, Monster geruhnt mittlerweile, also echt extrem, äh, was ich nicht wusste, äh, wenn ihr das wusstet, gut so, umso besser, ich wusste es nicht, ich hatte probiert, für diese, zum Beispiel für die erste Rune, eine HP-Prozentual-Rune zu bekommen, wie ich sie zum Beispiel hier habe, die gibt es gar nicht, die gibt es überhaupt nicht, ich wusste das nicht, ich hab mich wie blöd, hab ich da hinterher gefarmt, ja, bis ich's dann herausgefunden habe, okay, alles klar, es gibt nur den Zweier-, Vierer- und Sechser-Slot, da gibt es alle Rune, also HP-Prozentual, Attack-Prozentual, Normal-Attack und was weiß ich nicht alles, aber es gibt's nicht auf Slot 1, 3 und 5 müsste das sein, darauf komme ich aber das andere Mal nochmal zurück, was es da doch so gibt, äh, nur nochmal zur Info für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, also hier brutal geruhnt mittlerweile schon, 33 HP-Prozentual mehr, 31 und hier sind's noch 27, es kommt ja auch bald das neue Event raus, von daher spare ich da gerade noch so ein bisschen, schauen wir nochmal eben, ich will die Rune nämlich jetzt nicht nochmal erhöhen, weil es gab hier doch, Halle der Helden, ja, Piratenkönig ist offen, so, zusätzliche Ressourcen, ne, wo stand das denn, war das denn hier, Mitteilungen, in den Mitteilungen stand es, glaube ich, so, Sommeraufwertungs-, ja, das, glaube ich, stand auch vorhin da hinten, ja, hier gibt's nämlich Aufwertungssteine, mit denen man halt besser seine Rune aufwerten kann, verdoppeln die Erfolgschancen, und darauf warte ich eigentlich so ein bisschen, weil, ja, ihr wisst es ja selber auch ganz genau, levelt mal so eine Rune hier, eine 13er auf 15, das, das, das geht so oft in die Hose, das geht so oft in die Hose, deswegen warte ich da drauf, verdoppelt meine Chancen, und dann mache ich hier auch Fette 15 hoch, oder probiere ich zumindest, und da gibt's auch nochmal einen richtigen Boost, aber ich kann euch ja nächstes Mal gerne nochmal ein bisschen mehr dazu erklären, zumindest was ich jetzt so weiß, was das ganze Rune angeht, weil da gibt's auch wirklich einiges zu beachten, und ich lese auch immer ganz oft im Chat oben, ja, welche Rune da rein, welche Rune da rein, welche Rune da rein, ich probiere es mal ein bisschen, zumindest so die Basics euch zu vermitteln, so was ich mittlerweile weiß, was so das Rune angeht, so schauen wir nochmal hier eben rein, gibt's auch nichts Besonderes, eine Monsterblume für 12.200, manchmal kaufe ich mir die, muss ich ehrlich sagen, zum Monster upgraden, komm, das mache ich jetzt auch, 12.000 ist nicht viel, auch wenn da manche jetzt die Hände über den Kopf schlagen, aber muss manchmal sein, wie sieht's aus, kurz mal einen Bären, wie gesagt, drei Stück habe ich mittlerweile, der Hund wartet noch aufs Hochgehen, und dieser hier, wieso habe ich den jetzt hochgemacht, frage ich mich gerade, wollte ich den auch verschwenden, aber ich glaube, das war doch ein Fusionsmonster, naja, auch nicht so wild, den, wollte ich eigentlich auch auf 5 bringen, oder mache ich auch noch auf 5 bald, da geht's ja, ja, also wie gesagt, lange dauert's nicht mehr, aber ich glaube, dieser war doch auch für Fusion, oder nicht, nur Taurus, ich glaube schon, wäre natürlich jetzt doof, wenn ich den jetzt hochgemacht habe, schaue ich später nochmal rein, ist auch nicht ganz so schlimm, ich will jetzt meinen Bären endlich haben, ich will den jetzt endlich haben, und dann kann ich, probiere ich zumindest, dass ich hier auf hell farmen kann, und dann geht das Gefahren auf jeden Fall richtig ab, und dann kann ich auch viel schneller neue Monster, äh, ja, hochleveln, und darauf lege ich es ja gerade an, was habe ich hier noch, Elite noch im Training, er hatte mehr als ein 5 Sterne, Wassermonster, Wassermonster, Feuermonster, Windmonster, 20, nice, ja, her damit, Dankeschön, ja, ich denke mal, ich konnte euch wieder eine einigermaßen unterhaltsame Folge bieten, das ist ja auch immer so das Ziel, so ein bisschen, also nochmal kurz zu leiten, er würde mich freuen, gerade meine Gilden-Member, ist natürlich auch jeder andere, gerne willkommen hier, wir hatten jetzt küsse ich auf unseren ersten Gildensieg, das war glaube ich der letzte, wo kann ich das eigentlich sehen, kann ich das eigentlich nur sehen, Wochenend, Wochenbelohnung, aktueller Rang, Gilden-Rang, aber steht denn, aber Protokoll, hier müsste es doch irgendwo drin stehen, keine Kampf da, also ganz, also ganz ausgereift finde ich das Ganze echt noch nicht, muss ich wirklich sagen, also irgendwie ist das alles noch so ein bisschen komisch, aber ich werde mich da alle noch ein bisschen reinarbeiten, ich hoffe mal, dass mit der Line-App, besser wird das zumindest mal alle angreifen und dann sollte das hier auch möglich sein, also danke wieder fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut Leute, ciao.